Man kann das Weiße Haus doch direkt anwählen, oder? Ja. Wie ist die Nummer? 4, 5, 6, 1, 4, 1, 2. Ich habe schon bessere Jobs als diesen gekündigt. Geisterjäger, ja, was wollen Sie? Howard Hunt, bitte. Hier ist der Präsident. Bitte verzeihen Sie mir, dass ich noch so spät anrufe, aber der Grund dafür ist, dass ich endlich den Beweis habe, nachdem ich so lange suchte. Legen Sie nicht auf, das ist ein Notruf. Sie müssen durchhalten, wir haben hier ein paar Probleme. Was heißt Sie haben Probleme? Was für Probleme denn? Ich bin schwanger. Aha. Und das ist wirklich dokumentiert? Das ist eine gute Frage. Ich sollte gleich am Morgen eine Erklärung abgeben. Nein, es ist so, ich habe hier sozusagen einen medizinischen Notfall und... Gott! Nein, hier ist Morgan Freeman. Ich bin mal wieder auf der Jagd nach Knochen. Gut, danke. Also bis morgen. Okay. 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 Saturday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Wednesday, Friday, happy days. The weekend comes. Mal hallway. Outside, mal mouse. WirバイIE finden, wir haben noche... Jetzt können wir sehen, mich noch mal die Zeit.